Mein Schiff, mein Baby, Rückzug, piep, 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 zack, selber schuld, dabei eh ist einer, weg mit ihm, da oben, oh, ich hab schon gedacht, gegnerisches Schiff ist jetzt hinter mir, der ist auch weg, bestimmt sind hier welche auf ihren Spawnschiffen, oder auch nicht, doch, da zum Beispiel, der ist weg, Gegnerschiff, oder, jawohl, da oben, auf ihren Schiffen, oh shit, weg hier, ich kann auch schön umsteigen, so, du kommst nicht in meine Nähe, aha, jetzt kann ich mir wieder schön A schnappen, und er geht down, er geht baden, oh, oh, wie er schön geflogen ist, nein, schminkt das dir ab, da oben, ein Fenster, oh shit, mein Boot brennt, schön aus der Hüfte, oh Gott, tja, hast mich rausgelockt, aber nicht gekillt, der wurde erledigt, da hinten ist einer, da ist wieder mein Schiff, Leute, und gegnerisches Schiff, nein, 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 hast dir wohl so gedacht, oh Gott, sind hier wieder viele bei C, das ist ja ein reines Gemetzel, nein, ah, meine Mine hat jemanden gekillt, sehr schön, ich gehe dann mal aufs große Schiff, so, jawohl, meine Mine hat wieder was getroffen, ich muss nur einen geeigneten Spot für mein Geschütz noch suchen und finden, hi, hast mich nicht gehört, ne, weil ein Schalldämpfer drauf ist, sicher mal, da, da, nach unten gehe ich nicht, schön nach vorne gepusht, und du guckst zur falschen Richtung, ich hab Hilfe bekommen hierbei, oh, Granat hat noch was gekillt, schön, da kommt wieder einer, ui, habe ich jemanden gesehen? Wie viele kommen denn hier noch? Mensch, komm mal zur anderen Richtung, ha, Artillerie hat hier nichts getroffen, schade, aber dafür bleibt D weiter sicher, wie ich die ganze Zeit hier hocken bleibe, oh, na, komm näher, jetzt kommen sie zu zweit, weil sie alleine keine Chance haben, nice Runde, die hat mir gefallen, so ein Camper kriegt das, alles klar, alles klar, ein Visier und EP bekommen, okay, 39,15, starke Runde.